Das Krematorium Landau. Seit zehn Jahren steht dieser Name für die würdevolle Feuerbestattung. 1997 eröffnet, waren wir das erste private Krematorium in Deutschland. Als Pionier haben wir Standards gesetzt, die Kultur der Feuerbestattung geprägt und sind heute innovativer denn je. Von den Anfängen bis heute war und ist das Wichtigste der aufmerksame und respektvolle Umgang mit den Verstorbenen. An dieser Qualität und diesem Service werden wir gemessen. Und daran lassen wir uns messen. Für die Zufriedenheit unserer Kunden tun wir alles. Und täglich versuchen wir, noch ein bisschen besser zu werden. Nicht nur für Verstorbene, natürlich auch für Bestatter und Angehörige. Das weitläufige Areal lässt sich leicht erreichen. Der großzügige Portalbereich ist überdacht und wettergeschützt. Der Sarg wird ohne umständliches Heben ausgeladen. Alles ist ebenerdig, barrierefrei und besonders leicht zugänglich. Die Architektur ist anspruchsvoll, die Grünanlagen und der Teich mit Geschmack gestaltet. Das Einladen der Ambiente heißt die Besucher willkommen und lädt zum Verweilen ein. Unsere freundlichen und gut ausgebildeten Mitarbeiter helfen und beraten jederzeit gerne. Im Krematorium Landau finden sie immer ein offenes Ohr und eine helfende Hand. Von der Ankunft bis zur Übergabe der Aschekapsel wird der gesamte Prozess genauestens überwacht. Alle Vorgänge sind lückenlos schriftlich dokumentiert und nachvollziehbar. So stellen wir sicher, dass die strengen Auflagen eingehalten werden. Dies gilt natürlich auch für den Umweltschutz. Die zulässigen Grenzwerte unterschreiten wir deutlich. Jeden Tag findet eine amtsärztliche Untersuchung statt. Sind alle Fristen eingehalten, können wir die Einäscherung innerhalb kürzester Zeit vornehmen. Wenn sie möchten, kann ihr Bestatter binnen weniger Stunden die Aschekapsel in Händen halten. Natürlich ist auf Wunsch die Teilnahme der Angehörigen bei der Einäscherung möglich. Für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind stolz, zusammen mit dem Friedhofsdienst und der Stadt Landau würdevolle Möglichkeiten der Beisetzung anzubieten. Die Trauerhalle steht für die Abschiednahme und für individuelle Trauerfeiern zur Verfügung. Das Rasenfeld. Ein friedlicher Ort der Erinnerung. Das historische Denkmal des Patenschaftsgrabes gibt dem Gedenken eine Heimat, die man gerne besucht. Ihre Zeit ist knapp, die Familie wohnt weit auseinander, sprechen sie mit ihrem Bestatter. Begonnen beim Abschied am offenen Sarg über die Einäscherung, die Urnenfeier und die Beisetzung. All dies ist an einem Tag möglich. Leider kommt es manchmal vor, dass das Leben mit dem Tod beginnt. Gerade hier ist sich das Krematorium Landau seiner Verantwortung bewusst und unterstützt Selbsthilfegruppen, wie zum Beispiel die leere Wiege. Einfach und bequem sind in unmittelbarer Nähe auch frische Blumen und Gestecke erhältlich. Das Café am Friedhof bietet Platz für eine kleine Erfrischung vor der Trauerfeier. Natürlich finden Angehörige und Freunde hier jederzeit einen einladenden Ort zum Verweilen. Nicht nur beim Nachcafé, der ganz nach Wunsch ausgestaltet wird. Das Krematorium Landau. Respektvoll und menschlich. Jeden Tag aufs Neue, partnerschaftlich im Dienste der Bestatter. Bis zum nächsten Mal. ��